hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde hier zu zombie im letzten paar zimmer vom supermarkt entkommen und jetzt haben wir eine runde gepennt hier in unserem schönen bettchen und wir müssen nun zum packen perlässt schauen was da vor sich geht vielleicht noch ein paar neue sachen nur so kommen wir an bessere waffen und vorräte selbst wenn es von testbollen bin ich ja in den beckern perlässt es ist natürlich super erreiche den beckern perlässt wir reichen am schnellsten abkürzung das ist die frage dann komme ich hier raus das ist eine gute frage ob ich jetzt hier schneller bin oder dass der planlein markt glaubt es nicht ich glaube ich muss den normale weg nehmen hier zu machen hey noch zu hallo zum es haben ja letztens mal auch hier alle ausgerottet hier kamen sie ja aber es gibt es wollen eigentlich neue sachen oder so das wird mich jetzt interessieren hier neue sachen sporen aber ich vermute mal nicht aber rüber und dann nein nix da was drin auch nix hier kaputt gemacht bretter nein ich glaube das ist später ganz schön wichtig die türen zu verbarrikadieren ich was eigentlich hinten hier aber hier auch nichts besonderes ok dass die leute nicht so schnell schon gedacht nicht so schnell zu uns kommen das ding ist da hinten unten durch ist da auch noch weg barrikade weg machen machen wir das mal hier sind bretter 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 so was ok erreiche den eingang vom packingham palace hier hat er auch gewohnt bis er dann verreckt ist und gepissen worden ist unfassbar gut dann gehen wir da raus und durch ich sehe man da ist was da vorne scanner ok scanner bringt nicht viel alle ratten sind hier ok die ratten ist da was sind nein hier waren ja auch am anfang zombies sind die welche gespawnt ne die sind tot wäre ja blöd wenn die wieder spawnen fände ich zumindest müssen links lang auf jeden fall zum packingham palace der ist zu können auch noch öffnen was ist hier auch noch eine tür und nicht leider nach oben und ein schacht nee wir müssen leider die richtung aber hier kann ja jede menge leute sein hier ist alles verbarrikadiert und hier ist tor zu das heißt ich muss hier raus schließen alles wäre anders gekommen hätte man auf john lee gehört aber als er sah was uns bevorsteht war elisabeth bereits tot und jakob der erste hatte nichts übrig für propheten und alchemisten er war nur von schwarzer nagie besessen dass er ein buch über dämonologie schrieb und hexenjäger durchs land schickte um hexen und zauberer zu verbrennen die musste sich verstecken ach diese narren diese narren das ist halt hier kann natürlich alles sein da hinten da ist was infizierter okay oh je oh je da liegt auch ein infizierter oder infizierter da liegen viele infizierte tot nicht dass einer aufsteht davor muss man sie schützen deswegen muss man sie töten na immer der kopf okay steht auch nicht mehr auf hier irgendwas einer steht doch sicher auf kann ich nicht sagen dass hier keiner aufsteht die ganzen leichen die ich hier umher schieb ist hier noch hinten was hallo danger der zug hat auch mal besser ausgesehen okay da konnte ich nicht lang ne ne wieso auch muss ich lieber einen umweg gehen na hier geht's raus mal zu was ich halt auch nicht weiß können zombies leitern hoch hier in dem spiel das würde mir jetzt auch noch interessieren ja ganz gemütlich kein problem so jetzt wird's aber ernst jetzt wird's ernst so ist keiner da noch nicht wir müssen zum barking ham barking ham oben drüber ich höre sie aber schon die lieben zombies na nix absolut nichts komisch na erstmal raus hier wetminster buckingham pimlico bond street shatwell dddd können sie überspringen kommt da noch was london bridge nö kommt nix hm oh kanalisation beste vor allem man hat keine karte mehr noch besser und hier wird's ziemlich dunkel ja batterien muss ich eigentlich sparen ich seh ja eigentlich noch gut alles raufklettern naja fast ja ich muss aber jetzt wird's nämlich dunkel ok hier ist wieder licht oh ah kamera ha schnelldrehung kann man die nicht scannen nein natürlich nicht keiner in der Nähe doch da hinten da hinten ist einer da hinten infizierter tür schromas kann ich nicht anzapfen da ist auf jeden Fall einer kommt der der palace hat seine vorzüge das ist nicht nur ein gebäude das ist eine festung ein hochsicherheitstrakt du kannst deinen arsch verwenden dass die jede menge waffen und munition bunkern aber sind schon da oh buckingham palace oh man oh einer was hat denn der noch infizierter blutbares objekt positiv kopf immer auf den kopf gnadenlos geht nicht stirbt doch endlich jetzt tot bin dann muni ja muni ist halt auch wieder so eine sache jeder sieht was oder besser gesagt jeder hört was ich wenn ich schieße da hinten ist wieder tür verschlossen dietrich erforderlich sagt bloß hier im wasser nein nix okay hm da kann ich auch lang aber schlossene tür okay muss ich hier reinkriechen infizierte infizierte kopf du bist tot und kopf oh molotov keine plätze mehr schmeiß ich schmeiß ich weg mit er oh ich will nur den molotov gib ihm rüber muni muni ist immer gut nicht dass die irgendwann aufstehen und dann mich einfach killen das geht gar nicht alle und einmal hoch durch ganz normale gänge objekt objekt da ist was da oben ist hängt auch noch einer fest da liegt was ach lol was mit dem der ist gar nicht scambar den gibt's schon gar nicht mehr der ist schon über alle berge er steht nachher auf weil er lustig ist oh zwei wege ah hier ist auf jeden fall die tür die trich erforderlich gay card erforderlich ne gay card ne key card ne gay card äh wohin da raus ja wahrscheinlich na ich weiß wirklich da ist doch irgendwo zombies ich weiß es doch ganz genau ja ich brauche hier licht da ist nix schränke bringt mir auch nix was für wege kann ich auch nicht mitnehmen hallo hallo licht mal aus hä das war's hier ah abkürzung abkürzung kann ich ja freischalten das ist hier gut das ist wichtig für nachher dass ich schnell wieder nach hause komme sonst ist hier gar nichts echt nur die abkürzung praktisch echt hier nix ne muss ich hoch äh wo lang ich sehe nix vor lauter da lang da lang jetzt kommt von oben ein zombie hoho da müsste ich schreien schreien müsste ich das war ein sack jetzt geht's raus ja ja er wollte mich hier wieder erschrecken oder Patron Munition da oben rennt einer rum lol karte aktualisiert zombies rennen lol das sind zombies die springen da oben sogar runter ok natürlich hart immer die falsche taste ja hier ist ziemlich blöd der zombie ist da irgendwo in der nähe das pisst ihm ström da vorne ist er den aufmachen nein die frage wie viel sind's mehrere ok mehrere ist nicht so schön äh hinter mir wo kam der jetzt her der kam von irgendwo oben gott dann hab ich den gehört ist er irgendwo hier ne nur der vorne der und der und der wo da liegt zwei raben ok jetzt dreht er sich um ab oh hallo na mein freund kommt gleich nochmal einer oder du hast deinen kopf verloren ein Stück vom kopf war geil stirbt doch endlich ja ja Hilfe hab ich da auch ausgauern wie es aussieht ja Stückchen kopf nicht dass da noch mal einer kommt Aua aaa boah das macht nicht viel Schaden mach jetzt stirb jetzt endlich stirb 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 ey das geht gar nicht der Gnadenstoß hilft voll das bringt einen Scheiß meine Fresse Gnadenstoß das war überhaupt kein Gnadenstoß uncool bin ich beleidigt oh ja durch einen Verzerr kann die Lebensenergie teilweise aufgefüllt werden benutzen wir das wow aufgefüllt kann die Lebensenergie aufgefüllt werden aber mehr schon teilweise das kleinste kann ich nämlich schon essen da hab ich wieder Platz drin ok also Ding ist doch nicht so stark hier die Keule zumindest wenn die zauermäßig bewegen so hä kommst du her du hast voll auf die Mütze gekriegt man hey stirb doch endlich stirb auch nix ok sonst noch was kann ich das? nein die Karte kann ich nicht aktualisieren natürlich nicht machen wir mal auf auf irgendwas kommt ich hab mich getroffen ey das war One Shot du hast natürlich was Energy Drink danke die kommen ab und zu einfach mal her zu so was ist denn hier schönes erst mal alles scannen ja sonst einfach bei dem ist es schon nicht mehr gut das war der von draußen oder Zeitung nein Bretter brauche ich nicht Gold und Juwelen sind von einen Scheiß wert Kugeln sind jetzt Edelmetalle oh da ist ne ne größere Weapon ne Modell eine Modell wow ah ja gut ja aber halt ganze Zeit schießen halt auch nicht so toll ich weiß es gibt nicht viel Money das ist halt wieder das andere Problem sonst ist hier absolut nichts okay die kommen schon Pistole kommen die durch oder nicht ja die kommen durch schnaufen ich hab Angst komm her aber von hinten kommt nix ne von vorne kommen die jetzt da durch oder nicht ja jetzt ist nur einer okay lass mich lass mich ich hab auch seinen Molotow geworfen egal stirbt jetzt einfach ja weil ich grad hab ich mir gedacht es kommt nur einer Mann ihr Säcke ihr seid solche Arschis das liegt hier nix ah Bretter könnte ich wieder mitnehmen ich nehme mir mit sonst irgendwann wieder brauche seh jemand infizierte Tiere 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 infizierte Tiere Box infiziert infiziert alles infiziert hier stirb einfach stirb kommt noch mehr oder bei dem Glück ich geh erstmal hinten rum hier irgendwo was ist ne hier ist nix drin steht keiner auf noch nicht hallo Wasser für deine gesundheit so der da vorne steht sicher auf da war ja irgendwo ein Objekt da und schnell wieder raus dass der jetzt auch steht wieder beide aufstehen ja redet da nix solltest du was nein hab gedacht der redet wow okay warte für die für die ausprobieren wow ist die gut nein nicht Molotov bitte nein nicht minen oh Polizist der ist kugelsicher das ist uncool das ist uncool den muss ich schlagen hab ich beide getroffen oder lass mich lass mich catchen 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 boah ich bin ja fast tot pam jetzt gegen der Gnadenschlag endlich mal boah der hat mich voll viel abgezogen medikit ich ess es einfach das wow ja ein bisschen was na egal meine Freunde ich werde jetzt erstmal den Part hier beenden und im nächsten Part geht es weiter hier bei Zombie dann schauen wir weiter was hier sonst noch passiert ach ne da kommt noch ein Zombie wir müssen noch kurz catchen bevor ich den Part beenden kann unfassbar hey ja lol warum schlägt der dich naja egal dann bis zum nächsten Mal ciao naja Untertitelung des ZDF, 2020